Hi, wir sind jetzt hier am Stand von Neumann und Sennheiser und lassen uns jetzt mal zeigen, was es hier so zu sehen gibt. Hallo, ich bin der Kai von Sennheiser und von Neumann. Ich wollte euch gerne ein paar Sachen zeigen, die wir hier heute ausstellen. Wir haben drei Mikrofone mitgebracht. Das ist einmal unser Einsteigermodell des TLM 102, was ihr hier sehen könnt. Das ist ganz linke da vorne, etwas kleines, ich denke es immer so, das ist My First Neumann. Daneben haben wir einen TLM 103, ist so ein Standardklassiker, sehr lineares Mikrofon. Rechts davon, könnt ihr hier sehen, ein TLM 107, ist das kostengünstigste umschaltbare Mikrofon, was wir heute hier am Stand haben. Und als Highlight hier ist unser Kopfhörer von Neumann, der NDH 20, das ist der erste Kopfhörer von Neumann. Probiert es aus, kommt vorbei. Ja, das war es vom ersten Mal.